Reiseleiter dazu bestellen, solche Geschichten. Das kann man im Vorfeld schon über meine Reise tun, kann man aber auch noch hier an Bord tun, in Beratung dann mit dem Team vor Ort. Das heißt, dieser Bereich ist wirklich nur ab der Kategorie Junior Suite benutzbar. Es gibt hier einen separaten Außenbereich, der natürlich auch eine traumhafte Aussicht dann gerade an Seetagen oder zum Einlaufen bietet. Und wir haben einen Prozess seit September geändert, denn früher schloss die X-Nosch immer um 19 Uhr. Da gab es aber Gäste, die sich hier auch gerne mal zusammengefunden haben, zusammengesessen haben und gesagt haben, wir möchten jetzt eigentlich gar nicht aufstehen, möchten ins Atlantik gehen zum Essen, sondern die Gäste möchten auch oft gerne einfach hier noch bleiben und gerne auch das Abendessen genießen. Deshalb haben wir uns entschieden,